Die Finanzindustrie befindet sich in einem ständigen Wandel und das gilt natürlich auch für die Börsen in Deutschland. Und wie die Geschichte der Börse in Deutschland ist und was eigentlich genau passiert, wenn du bei deinem Online-Broker eine Wertpapier-Order an einer Börse aufgibst, dazu habe ich mir Marille Glöcklhöfer von der Bayerischen Börse eingeladen. Und mit ihr gehe ich genau diese ganzen Schritte durch und es gibt auch nochmal ein paar lustige Antikdoten und auch Bilder von damals, wie es an der Börse München ausgeschaut hat. Also wenn dich das Thema näher interessiert, dann darfst du dieses Video nicht verpassen. Viel Spaß! Ja, hallo Marille. Schön, dass du heute hier nach München zu uns ins Studio gekommen bist. Wobei ich sagen muss, so eine lange Anreise hattest du ja gar nicht und du bist sogar mit dem Fahrrad gekommen. Genau, ich bin hier geradelt durch das Gärtnerplatz Viertel, obwohl es heute ein schön heiß warmer Sommertag ist. Es sind ungefähr zehn Minuten mit dem Fahrrad auseinander. Ja, aber trotzdem hast du es noch nie ins Büro zu uns geschafft. Das ist das erste Mal heute hier gewesen. Das stimmt, das ist richtig. Marille, ich habe dich eingeladen, weil du ja bei der Börse in München arbeitest und auch für GetEx mitverantwortlich bist im Bereich Business Development. Und ich dachte mir, wir arbeiten uns heute mal durch die Börsengeschichte. Einmal von, ja sagen wir mal ruhig von Deutschland und welche Rolle da auch die Regionalbörsen und so weiter spielen. Und dann ziehen wir auch oder spannen wir den Bogen ein bisschen weiter zu dem Thema GetEx, wo ja sehr viele Privatanleger auch handeln. Und dann dachte ich mir, entlocke ich dir nochmal so den einen oder anderen Tipp, worauf man achten sollte, wenn man an der Börse eine Order hat hält. Hast du Lust dazu? So machen wir es. Sehr gerne. Dann schließen wir mal los und würde ich mal sagen, du fängst mal an, mal grundsätzlich ganz kurz mal zu erklären, was ist eigentlich eine Börse? Ja, also das ist relativ einfach zu erklären. Eine Börse ist ein Marktplatz. Ein Platz, wo sich Angebot und Nachfrage treffen, genau wie auf dem Viktualienmarkt, der ja hier auch nicht sehr weit weg ist. Da werden nicht Obst, Gemüse, Südfrüchte gehandelt und an der Börse handelt man Wertpapiere. Die Angebotslage und die Nachfragelage bestimmt den Preis und dafür ist die Wertpapierbörse da. Wir erfüllen eine öffentlich-rechtliche Aufgabe. Das ist ein bisschen der langweilige Teil. Wir sind kontrolliert durch das Bayerische Wirtschaftsministerium und haben eine amtliche Funktion in gewisser Weise, haben aber einen privatrechtlichen Träger, weil viele immer glauben, wir werden sowieso vom Staat bezahlt und finanziert und so weiter. Aber das Geld, das wir haben, müssen wir und was mein Gehalt bezahlt, müssen wir erwirtschaften. Das ist dann bei jeder Börse so. Wenn wir kurz mal einen Exkurs zur deutschen Börse machen, die haben wir ja auch, die sind in der Börse notiert und haben aber letztendlich die gleichen Rahmenbedingungen wie hier als Börse. Die haben die Sonderheit tatsächlich, wie du sagst, dass die an ihrer eigenen Börse, ihre eigenen Aktien handeln, im eigenen Index vertreten sind. Das wird es bei uns jetzt nicht geben. Wir gehören uns über eine Holding und so weiter mit einer Handelsverein, aber das ist jetzt nicht so interessant, denke ich, für die meisten. Da gibt es eine Konstruktion, keine Aktien, weil wir nur einfach dem Handel verpflichtet sind und hier nicht Shareholder-Value irgendwelche Gewinne erwirtschaften müssen, sondern wir dienen einfach wirklich dem Markt. Warum ist es denn so, dass es in Deutschland so viele unterschiedliche Börsenplätze gibt? Weil so groß ist Deutschland ja auch nicht, dass man jetzt sagt, jetzt brauchen wir da unterschiedlichste Regionalbörsen. Ja, Regionalbörsen hören wir übrigens nicht so ganz gerne. Das ist eigentlich auch so ein Termin aus der alten Zeit. Als ich bei der Börse angefangen habe, 1990, gab es acht Börsen. Es gab noch eine Börse in Bremen und jede Börse hatte ihr gutes Auskommen. Das haben sich die Gewichte innerhalb Deutschlands auch immer mal ein bisschen verschoben. Die Börse Düsseldorf war anfangs bedeutender und wichtiger, weil es auch ein Bankenstandort war, als Frankfurt. Und Frankfurt hat aber dann Düsseldorf relativ schnell den Rang abgelaufen. Und jede Börse hat die Orders bekommen von der dortigen Landesbank beispielsweise, von den Banken dort, von den Sparkassen dort. Es gab so ein bisschen Schwerpunkte, wo man welche Werte gut handeln kann. Düsseldorf waren so die Industrieaktien und so weiter. Man konnte ein bisschen arbitrieren zwischen den verschiedenen Börsenplätzen. Das heißt, so Preisschwankungen, Ausgleichen, Ausnutzen, das hat wieder zu gleichen Preisen geführt. Da gab es die Freimakler dafür. Ja, und jede Börse hatte letztlich ihr gutes Auskommen. Und so war das viele, viele Jahre lang. Man hat von Schwesterbörsen gesprochen, man hat übergreifend zusammengearbeitet. Die Geschäftsführer haben sich regelmäßig getroffen. Man hatte auch eine gemeinsame Interessenslage. Und so die Konkurrenzsituation war irgendwo überschaubar. Es war so lange so, bis der Computer einzog. Und es plötzlich sich alles massiv geändert hat. Also man muss ja vielleicht mal dazu sagen, wir haben ja auch ein paar Bilder vorbereitet. Beziehungsweise du warst so nett und hast dir mitgebracht, wie das da früher in München ausgeschaut hat. Da haben wir vielleicht so eine kleine Zeitreise, können wir mal einblenden. Das war ja wirklich so, wie man sich es vorstellt. Also ganz viele Leute am Parkett, auf dem Parkett gestanden sozusagen. Da kommt der Begriff dann ja auch. Und haben da miteinander halt Wertpapiere gehandelt. Und dann ist es immer digitaler geworden. Jetzt habt ihr ja gar keinen Handelsraum sozusagen mehr. Nein, wir haben keinen Handelsraum mehr. 1990 war das noch so. Ich habe so die Ausläufer noch miterlebt. Da gab es noch einen Börsensaal, der 500 Quadratmeter groß war. Und da waren so zwischen 300 und 400 Leuten jeden Tag. Die Händler sind mit den Orders, wirklich so ein Notizbuch drin, an die Börse marschiert. Die Makler waren da auf den Maklerschranken. Das kommt drin. Also die Orderbücher waren verteilt auf alle Makler. Und der Handel ging von halb elf bis halb zwei, also eine überschaubare Zeit. Die Privatanleger waren jetzt nicht so aktiv an der Börse damals, aus zweierlei Gründen. Die Aktien waren damals relativ teuer, weil es hohe Nennwerte gab, von 50 D-Mark. Und eine einzelne Aktie dann, also eine Siemens-Aktie oder eine Porsche oder was es damals halt auch schon gab, dann ein paar hundert Euro D-Mark natürlich damals gekostet hat. Man musste, es gab variable Mindestschlüsse, also immer gleich so Pakete kaufen oder wurde nur einmal am Tag zur Kasse ausgeführt. Und eine Order war auch relativ teuer. Also das war noch eine ganz andere Welt. Es gab Kursanzeigetafeln und aber auch eine ganz eigene Atmosphäre und Stimmung an der Börse. Es gilt das gesprochene Wort. Es gab so diesen Ehrenkodex an der Börse. Es war damals schon immer die neueste Technik an der Börse im Einsatz. Sei es Bayern-Text, den es übrigens bis heute gibt, wo die Kurse übertragen werden mit Videotext. Das stand dann teilweise auch in den Bankschaufenstern. Es gab die großen Kursanzeigetafeln, die sehr aufwendig und teuer in der Anschaffung waren. Fernschreiber als Fernschreiber aktuell war. Also immer die neueste Technik, die ersten Handys und so weiter, war immer alles an der Börse schon am Start. Und entsprechend ging es auch mit der Digitalisierung sehr, sehr schnell. Plötzlich waren alle Händler weg, weil das Order-Routing hat nicht mehr der Herr XY gemacht, sondern die Order war, sobald der Handel begann, automatisch im elektronischen Orderbuch des Maklers. Der hat nicht mehr sein Buch aufgeschlagen, sondern die Systeme halt eingeschaltet. Das kann man sich wie so eine Bilanz quasi vorstellen, wo die ganzen Kaufaufträge und Verkaufsaufträge sozusagen aufgeführt sind. Und wenn die sich dann matchen, dann blinkt es sozusagen in der Mitte. Genau, und sowas früher. Der Makler hat auf einen Blick die Order-Lage erfasst und hat dann den Kurs gemacht. Zu den Konditionen, die meisten Orders mussten ausführbar sein. Es musste eine Preiskontinuität gewährleistet sein. Er konnte selber long oder short gehen, aber im Prinzip hat er nach Order-Lage gehandelt. Er hat natürlich schon immer Stücke auch und Spitzen ausgeglichen. Heute ganz anders. Ja, ich kann mich erinnern, als ich meine Banklehre gemacht habe, 1991, auch schon was her, da haben wir, wenn wir WebPW-Geschäfte gemacht haben und manchmal gab es so Fragen, dann durften wir Börsenbüro in München oder in Frankfurt anrufen. Da saßen dann wirklich so zwei, drei Leute von der Bank in so einem kleinen Kabuff. Die sitzen ja da immer so ganz kleine Räume nur. Und da konnte man dann eine Frage stellen, warum die nicht ausgeführt wird. Oder wenn man eine größere Order hatte, dann ist der da nochmal direkt zu dem Makler hingegangen und hat dann gefragt, ob da etwas geht oder so. Genau. Und das war das Spannende, diese besondere Börsensprache. Und die haben ja nur immer die letzten Stellen des Kurses dann ausgerufen, von dir an dich und so weiter. In alten Filmen sieht man das immer ganz schön. Und die Geräuschkulisse, das haben viele heute noch so im Kopf als Vorstellung von Börse. Ja, man sieht ja auch manchmal bei amerikanischen Firmen noch die Warentermimbörse, die ist nochmal ein bisschen wilder und ich glaube, die ist sogar auch noch physisch. Die CBOT, ehrlich gesagt, weiß ich jetzt, aber war es auf alle Fälle sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange. Da war einfach dieses Chaos noch mit diesen verschiedenen farbigen Jacken und so weiter. In so Pits, glaube ich, nennt man die, in so kleinen Arenen, nenne ich es jetzt mal. Aber eigentlich ist das schon lange nicht mehr zeitgemäß, weil es auch viel zu fehleranfällig einerseits ist und viel zu lange dauert. Das muss heute alles in Sekundenbruchteilen gehen. Aber es ist ja auch erstaunlich, wenn man jetzt überlegt, man sitzt am Handy oder vor seinem Computer, wählt einen Börsenplatz aus, tippt da seine Sachen ein. Dieser ganze Prozess dauert wahrscheinlich x-fach länger, als dann die digitale Übertragung und Ausführung. Das geht ja dann ratzfatz. Das geht ratzfatz in Sekundenbruchteilen tatsächlich. Trifft die Order auf und wird vollautomatisch ausgeführt, sehr, sehr häufig, weil ja heute der Makler nicht mehr Order gegen Order ausführt, sondern er geht immer selbst in die Liquidität, er geht immer selbst ins Risiko. Er geht long oder er geht short, je nachdem, ob der Kunde die Kundin kaufen oder verkaufen will. Wenn nicht der Makler oder Marketmaker nur dafür da wäre, Order gegen Order auszuführen, dann gehen wir nie was zustande. Weil sich die einfach Käufer und Verkaufer selten treffen würden und so stellt er sich dazwischen und sagt, du willst verkaufen, ich kaufe von dir und du willst verkaufen. Und dann versucht er da einen Gewinn zu machen. Genau. Ja, also er hat den Spread, den Unterschied zwischen Ankaufskurs und Verkaufskurs. Der muss natürlich aus Kundensicht immer sehr, sehr eng sein. Und damit er kompetitiv ist, wird er den auch eng machen. Also der kann sich jetzt nicht der Zehnerl erlauben bei einer Siemens oder sowas. Das darf halt höchstens einen Cent sein. Aber meistens ist ein Unterschied zwischen Ankaufskurs und Verkaufskurs. Und der Makler fährt dann die Positionen. Er baut vielleicht ein bisschen die Position auf, er baut eine Position ab. Aber er ist natürlich mit der Position im Risiko. Das ist das Geld des Maklerhauses, des Marketmakers. Und die Verantwortung des Maklers, nenne ich es jetzt noch, ja. Also der die Diskontrin betreut, die Orderbücher betreut, dass er da was Vernünftiges draus macht. Und auch natürlich weiß, wie der Kurs am Referenzmarkt ist. Also dass er eine Apple so preist, wie er sie auch später wieder eindecken kann. Oder wie er sie in den USA momentan auch bekommt. Was ist dann so ein Referenzmarkt? Das ist dann immer der Markt, wo es am liquidesten ist sozusagen. Kann man es vielleicht mit Großhandel und das ist so ein bisschen der Einzelhandel sich vorstellen? So ein bisschen kann man es vergleichen. Wobei der Makler natürlich immer Zugriff auf die Liquidität weltweit hat. Also der kann auch 500.000 Apple handeln. Das ist kein Problem, weil er die ja jederzeit besorgen kann. Oder asiatische Aktien oder nennen, was du willst. Also große liquide Aktien ist das gar kein Problem. Bei kleineren Werten und bei marktengen Werten oder bei Tierpark Hellerbrunn oder sowas, da kann er natürlich nichts verkaufen, was er nicht eindecken kann. Und er hat jetzt auch wenig Neigung, da große Positionen oder sowas aufzubauen. Da wird er eher Order gegen Order ausführen, so wie es früher war. Aber das gilt wirklich nur für ganz marktenge Titel. Oder mal für eine Anleihe, wenn die ausverkauft ist, dann kann der Makler nichts machen. Dann kann er sich ja nicht eindecken. Er kann halt auch nichts handeln, was er nicht wieder eindecken kann. Weißt du, wie viele Wertpapiere auf GetEx gehandelt werden oder wie viele Aktien vielleicht mal? Das ist dann eine Zahl, die man besser erfassen kann. Ja, also wir handeln insgesamt 440.000 Wertpapiere. Ich habe mir schnell nochmal die aktuellen Zahlen aufgeschrieben. Ungefähr 8.500 Aktien. Davon sind die meisten internationale. Also 7.900 davon sind internationale Aktien. Aber dann ist es wahrscheinlich auch so 80-20 oder dass in 20 Prozent der Aktien 80 Prozent des Umsatzes gemacht wird. Es konzentriert sich wahrscheinlich so stark. Teilweise konzentriert sich, ja. Aber es wird schon in sehr, sehr vielen Instrumenten gehandelt. Also wir beobachten das auch. Da gibt es auch eine Aufstellung dazu. Also bei anderen ist es ein bisschen eine Sondersituation, weil da vieles dann gleich mal ausverkauft ist bei Amazon oder gleich von Anfang an platziert ist. Aber wir handeln schon sehr, sehr viele der Instrumente tatsächlich aktiv, die an GetEx gelistet sind. Was ich mir jetzt total schwierig vorstellen kann aus Privatanleger-Sicht, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe die Siemens-Aktie. Und die Siemens-Aktie ist ja überall gleich. Es ist immer eine Siemens-Aktie. Jetzt gibt es aber verschiedene Börsenplätze. Es gibt vielleicht auch außerbörsliche Handelsplätze. Es gibt vielleicht auch noch Auslandsbörsen, wo die im Zweifelsfall gehandelt werden. Was macht denn jetzt, weil die müssen ja eigentlich auch alle den gleichen Preis haben. Also was macht denn jetzt sozusagen die Qualität von dem Börsenplatz aus, wo ich dann als Privatanleger sagen kann, okay, also ich kann mich irgendwie darauf verlassen, dass diese Börse für mich immer okay ist. Oder muss sie sich wirklich dann durch alle durchsuchen und den besten Börsenplatz finden? Also du hast es jetzt schon ganz gut formuliert. Ich will an der Börse handeln, die für mich okay ist. Also es wird keine von allen Börsen immer zu jeder Zeit, die ganze Handelszeit von 8 bis 22 Uhr beispielsweise handeln wir, immer in jeder Aktie den besten Preis haben. Da will ich jetzt auch nochmal ein Missverständnis abholen an der Stelle, weil der Kunde kriegt da oft Best-Ex angeboten, also Best-Execution. Beste Ausführung. Beste Ausführung. Das ist bei vielen so voreingestellt. Und viele gehen dann davon aus, ach gucke da, da ist jetzt der Computer, der übernimmt jetzt die Arbeit und rattert jetzt alle Börsenplätze durch, vergleicht jetzt die Orderlage und ich werde dahin geroutet mit meiner Order, wo ich jetzt gerade am besten bedient werde. Weit gefehlt. Da steckt nämlich eine sogenannte Best-Execution-Policy dahinter. Die gibt es seit der MIFED. Also das ist so eine Regulierung, die jetzt eine dritte oder vierte Version oder vierte Version schon hat. Und da wurde mal festgelegt, also eine Order bis 5.000 Euro, die ist jetzt da am günstigsten oder die wird dort am schnellsten ausgeführt. Dann kannst du die Kriterien gewichten. Ist jetzt für meinen Kunden Schnelligkeit wichtiger als ein enger Spread oder eine lange Handelszeit wichtiger als das oder das. Also diese verschiedenen Kriterien werden gewichtet und daraus wird eine Best-Execution-Policy gemacht und die wird dann praktisch hinterlegt. Das ist wie eine Regel in dem Fall. Wie eine Regel. Also die Bank, der Broker kann entscheiden, in den und den Situationen machen wir das dahin, in den und den Situationen machen wir das dahin. Genau. Das ist regelbasiert, kann man auch ein bisschen, ja, wie du halt deine Kriterien legst, kommt halt immer überraschenderweise die Börse deines Bankstandorts raus, beispielsweise. Weil du den kürzesten Daten weh gehabt hast. Das war ja wahrscheinlich der Hintergrund. Aber kann ich das als Kunde beeinflussen? Ich kann doch, wenn ich jetzt bei einem klassischen Broker bin, kann ich doch einen Börsenplatz auswählen. Du kannst den Börsenplatz auswählen. Aber ich wollte jetzt erst einmal dieses erste Missverständnis mal abholen, dass Best-Ex nicht heißt, da ist im Hintergrund irgendein Vergleich, der da stattfindet oder sowas, sondern es ist, wie du sagst, regelbasiert. So, jetzt habe ich vor unserem Gespräch einmal geschaut, so, jetzt wenn ich eine Siemens-Handel bei einem Online-Broker, nicht bei einem ganz normalen Online-Broker, dann hast du da 19 verschiedene Börsenplätze zur Auswahl. Davon sind drei dieses Live-Trading, sozusagen außerbörslich. Dann hast du zwölf deutsche Börsenplätze, sieben internationale Börsenplätze. Also das ist eine richtig, richtig große Auswahl. Dann bist du schon überfordert an der Stelle, weil es ist ja so, dass wir als Börsenplatz natürlich nachgelagert sind. Du hast ja schon ganz viele Entscheidungen getroffen. Du hast ja schon mal gesagt, also du willst was machen. Dann hast du schon mal überlegt, wie viel will ich denn machen? Welches Papier, du weißt, wie würde Siemens oder irgendwas entschieden? Jetzt kommt noch meine Entscheidung. Dann bist du schon ein bisschen entscheidungsmüde. Dann sollst du jetzt nochmal den besten Börsenplatz finden. Das wissen wir, dass wir danach gelagert sind und dass kein Kunde, keine Kundin alle Börsenplätze in Deutschland kennt. Wir sind natürlich der Überzeugung, dass jetzt zum Beispiel GetTex die beste Börse ist. Wir finden unser Angebot einfach super und finden, du bist da sehr gut aufgehoben, aber du suchst dir einen Börsenplatz einfach aus, der für dich passt. Wenn du mit einem Börsenplatz gute Erfahrungen gemacht hast, bitte geh da hin. Wenn es GetTex ist, für uns super. Wir finden auch, wir haben ein sehr gutes und kompetitives Angebot und du kannst ja auch alle Kurse, alle Preise vergleichen. Aber letztlich spielt da nicht die Musik. Ein Cent auf oder ab. Viele meinen, dass da nochmal großartig irgendwas optimiert werden kann in der Realität. Ich meine, wenn jetzt ein Makler, Siemens ist vielleicht wirklich ein blödes Beispiel, in jedem Fall, weil es halt so ein großer und sehr liquider Wert ist. Aber wenn der sich jetzt verpreisen würde, also wenn der dir jetzt einen Euro billiger stellen würde als an allen Börsenplätzen, dann würden ja sofort andere Marktteilnehmer von ihm das abkaufen oder verkaufen, je nachdem in der Welt. Würden die das klar abfischen. Seine Kollegen würden es vielleicht gleich abfischen, aber der hat Quotemachines dahinter. Das ist jetzt auch kein armer Mann oder arme Frau, die da jetzt ständig tippen muss und ständig irgendwie alle Orderbücher im Blick haben muss. Das hängen Quotemachines dahinter. Aber natürlich kann auch mal ein Fehler passieren, ja. Aber gehen wir nochmal auf den Kunden zurück. Also ich bin Kunde bei irgendeiner Direktbank. Jetzt zahle ich ja an die Direktbank Gebühren für die Orderausführung, was auch immer die Bank da für ein Preismodell hat. Und dann weiß ich aus eigener Erfahrung, dass ich manchmal bei Börsen auch was zahlen muss. Manchmal ist es kostenfrei. Wie verhält sich das? Also wer entscheidet, ob es was kostet oder nicht? Also GetTex als Angebot, als Börsenplatz verlangt keine Maklerkotage und keine Börsengebühren. Also bei uns zahlt der Kunde nichts. Aber eingeschränkt. Manchmal muss er trotzdem Gebühren bezahlen. Ausführungsentgelte, börsenabhängige Entgelte oder sowas. Die kann man aus der Gebührenordnung rauslesen. Die sind dann häufig auch für verschiedene Börsenplätze unterschiedlich. Bei dem Broker aber. Bei dem Broker. Beim gleichen Broker kosten unterschiedliche Börsenplätze unterschiedliches Geld. Weil eben die Kosten auch unterschiedlich sind und dann an Kunden weitergegeben werden. Oder weil es Kooperationen gibt. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Weil es eine Internalisierung gibt. Also Orders zusammengefasst werden. Wodurch wieder für die Bank weniger Kosten bei der Abwicklung entstehen. Aber die Bank muss ja tatsächlich auch für die Abwicklung was bezahlen. Es arbeitet niemand gerne umsonst. Auch die Bank arbeitet nicht gerne umsonst oder bleibt auf Kosten sitzen. Also die Kosten muss irgendwer bezahlen letztendlich. Jetzt hast du schon einmal, ich hatte vorhin gewählt, Börse München. Du hast GetTex jetzt gesagt, wie passt das zusammen? Ist das jetzt die gleiche Firma? Oder ist das, also wenn ich jetzt eine Order Siemens erteile, muss ich mich dann zwischen A oder B entscheiden? Oder wie funktioniert das? Das sind zwei ganz voneinander unabhängige Handelsmodelle. Zwei ganz unterschiedliche Börsen. Die Börse München gibt es seit 1830. Also das ist eine der alten, nicht die älteste, aber eine der alten Börsen in Deutschland. Eine traditionelle Börse. Und die Börse München hat die Mutter, die Trägerschaft der Bayerischen Börse AG. Und darunter hängt auch die zweite Börse, die GetTex Exchange. Also wir haben die gleiche Mutter, sind aber zwei unterschiedliche Börsen mit zwei unterschiedlichen Handelssystemen, mit zwei komplett unterschiedlichen Setups und auch unterschiedlich getrennten Orderbüchern. Also es sind zwei völlig verschiedene Börsen mit der gleichen Mutter. Aber warum habt ihr das dann gemacht? Also jetzt würde ich ja mal unterstellen, je liquider eine Börse ist, desto besser ist es ja. Aber jetzt habt ihr ja quasi sozusagen zwei Alternativen jetzt nur für den Standort München angeboten. Das würde sich das ja splitten. Wir haben GetTex auf der grünen Wiese sozusagen komplett neu entwickelt. Das ist eine moderne, schnelle Börse, die jetzt nächstes Jahr zehn Jahre alt wird. Also hochmodern. Und die haben wir parallel zur Börse München hingestellt. Die Börse München hat auch ihre Berechtigung. Aber GetTex war schon von Anfang an ganz anders ausgerichtet. Wir wollten von Anfang an Zertifikate handeln. Wir haben drei Zertifikate mit Händen angebunden. Goldman Sachs, HSBC und Unicredit One Markets. Das sind die 400.000 Produkte, die da gehandelt werden. Und das wurde von Anfang an berücksichtigt. Also die wurde von Anfang an, das Setup ist komplett unterschiedlich, also technisch anders programmiert, als jetzt die Börse München. Würdest du denn jetzt sagen, wenn jetzt ein Anleger zum Beispiel, bleiben wir mal bei den Siemens Aktien kauft, der sollte dann eher in GetTex oder in der Börse München handeln? Das kommt darauf an, ob ihm GetTex angeboten ist. Also Consas wird sich vermutlich im Laufe des Jahres anschließen. Ach so, auch nicht jede Bank ist da angebunden. Nein, nicht jede Bank oder Online-Broker ist an GetTex angebunden. Consas kommt im Laufe des Jahres vermutlich dazu. Das liegt auch daran, dass die ihre eigenen internen IT-Projekte haben, dass die jetzt sagen, jetzt schauen wir erstmal, wie GetTex sich entwickelt. Dann haben sie wieder irgendein IT-Projekt oder irgendeine Regulierung, die umgesetzt werden muss vorher. Also sowas geht ja nicht innerhalb von 14 Tagen häufig. Man muss im Vertrieb natürlich Überzeugungsarbeit leisten, dass es jetzt ohne GetTex überhaupt nicht mehr geht. Also es geht schon mal, kannst du überhaupt GetTex wählen? Und dann ist es eine Kostenfrage. Dann ist GetTex in der Regel für dich günstiger als die Börse München. Mir fällt gerade ein, was heißt eigentlich GetTex? Weißt du das? Was heißt, das ist von Get, Get und EX ist so ein bisschen die Exchange. Die Namensfindung war tatsächlich ein Thema. Aber gut, jetzt ist der Name gesetzt. Jetzt ist griffig und wir sind auch happy mit dem Namen. Ja, ich sage immer JP Morgan, da denkt auch jeder, es ist halt JP Morgan. Aber es hieß ja irgendwas, JP ist der Vorname. Jetzt weiß ich gar nicht mehr und morgen der Nachname. Also insofern hat man den Namen halt dann drin. Genau, genau, genau. Sehr schön. Jetzt haben wir schon gesprochen, welche Webpapiere man kann. Wir haben die Unterschiede dargestellt, wenn du jetzt sagst, vielleicht für einen Neueinsteiger. Erste Orders, die aufgegeben werden, bleiben wir mal bei Aktien oder bei ETFs, die sind ja auch bei euch handelbar. Worauf sollte ich achten? Also zum Beispiel fällt mir jetzt ein Stichpunkt, muss ich mit Limit ordern? Ja oder nein? Was sind so Limitarten, die gängig sind, die sinnvoll sind? Muss ich auf Stückzahlen achten? Muss ich auf die Handelszeit achten? Also solche Sachen. Ja, also es kommt wie immer darauf an. Also einen liquiden Wert kannst du eigentlich auch unlimitiert ordern. Da besteht immer auch das Problem oder die Gefahr sehe ich halt immer, dass du dir irgendeinen Kurs einbildest, sage ich jetzt mal. Du stellst dich zwischen Geld und Brief in die Mitte. Wenn du aber ausrechnen würdest, was das jetzt nochmal für ein Unterschied ist, das sind oft Centbeträge. Das ist ein Fruchtskalt, das ist ein Euro, da passiert es nicht. Aber es kann dir durchaus passieren, dass du nicht rein oder rauskommst, dass du einfach nicht ausgeführt wirst, weil sich der Kurs halt von dir wegbewegt. Im Endeffekt, willst du handeln, ja oder nein? Willst du es haben, ja oder nein? Da muss ich mir jetzt nicht unbedingt noch irgendeinen Preis, ich nenne es mal einbilden. Also bei marktengeren Titeln macht es durchaus Sinn, vielleicht auch mal zu limitieren. Aber ich persönlich, ganz für mich persönlich, bin dann eigentlich immer interessiert daran, dass ich ausgeführt werde. Es gab letztens mal, ich habe jetzt das nicht mehr genau im Kopf, ich schaue mal, ob ich das nochmal finde, den Artikel und verlinke den dann in der Videobeschreibung. Da gab es einen Fall, ich glaube in UK, wo irgendein ETF so ganz extrem stark gefallen war innerhalb von ein paar Sekunden und dann wieder hoch und da sind tatsächlich dann ganz viele ausgeführt worden. Also sowas könnte ich ja vermeiden, wenn ich ein Limit zum Beispiel setze. Wenn du limitierst, aber sowas ist dann auch schon mal ein Mistrade, ja, wenn da sowas runtergerissen wird, ja, vielleicht ist das auch auf Xetra passiert, weil da ist tatsächlich, da wird nach Orderlage gepreist, da wird wirklich dann durchgehandelt, ja, bis so eine Liquiditätsunterbrechung oder sowas greift, ja, weil da wird wirklich Sturheilorder gegen Order gematcht, ja, und wenn da so eine Stop-Loss-Lawine losgeht, ja, dann bist du da einfach mit dabei und wirst nach Preis-Zeit-Priorität zum nächsten Kurs ausgeführt. Also da kannst du schon mal unter die Räder kommen und aus dem Markt geworfen werden, obwohl du das gar nicht wolltest und so eine Kursveränderung nicht nachhaltig war, sondern nur so ein Ausreißer nach unten gewesen. Kommt das eigentlich vor, dass Leute bei euch anrufen und sagen, ich habe bei euch was gehandelt, da habe ich einen schlechten Kurs bekommen? Ja, kommt doch was vor. Und was passiert dann? Dann telefoniert der in der Regel mit der Marktstörung oder mit der Handelsüberwachung und dann schaut man sich die Orderlage an. Manchmal kann man es ja erklären, manchmal liegt ein Fehler dahinter, dann korrigiert man den Fehler, entschädigt unter Umständen den Kunden. Aber wer zahlt das dann? Ihr es, oder? Nee, das zahlt in der Regel dann der Marketplace. Das wird rückabgewickelt. Also das ist immer Einzelfallentscheidung. Manchmal ist einfach ein Missverständnis. Manchmal versteht der Kunde tatsächlich auch was nicht. Oder Stop Losses ausgeführt, wird auch alles immer überprüft. Also da wird bei uns wirklich ganz, ganz genau gesagt. Gibt es da so Vertipper, dass jemand sagt, ich wollte 100, dann habe aber 1000 gemacht und so? Das ist dann aber was, was dann bei der Bank oder beim Broker passiert. So etwas landet dann in der Regel nicht bei uns. Das muss man mit der Bank oder mit dem Broker dann letztendlich klären. Aber es passiert natürlich immer, dass Kunden fragen haben. Bei uns erreichst du tatsächlich jemanden am Telefon. Also du hast dann auch schon mal mich dran oder Kollegen von der Handelsüberwachung oder Marktsteuerung, die haben teilweise sogar die Durchwahl. Entweder jemand vom Broker oder die Kunden auch direkt, die da wirklich ganz kurze Wege haben. Aber man kann auch eine Ordersituation auch schon mal vorher besprechen, nenne ich es jetzt mal. Wenn du einen marktengen Titel hast, dass man sagt, was kriege ich denn da für ein Kurses für 100 Stück oder sowas. Kann ich die handeln oder setze ich da auch schon mal den Markt in Bewegung? Oder muss es schon sehr enger Wert sein. Muss ein sehr enger Wert sein. Gibt es aber durchaus. Mir fällt gerade was an, ich habe ja mal bei der DAB-Bank gearbeitet und da hatten wir damals den Börsengang mitbegleitet von ProSieben. Und ich meine, die Wertpapierkennung aber damals war 777773. Ja, Vollzugsaktie dann. Das vermute ich bei einer, genau wegen der Dreiecke. Und dann kann ich mich erinnern, da hatten dann Kunden halt Zuteilungen bekommen und jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie da der Schlüssel war, aber lass es mal 77 gewesen sein. Und dann hat unser Order-System, wo die Leute im Callcenter dann noch damals Orders erfasst haben, da war irgendein Fehler und dann hat der Mitarbeiter 777773 in die Stückzahl eingegeben und hat dann anstatt die 77 verkauft, hat er halt die 777773 Stücke verkauft. Da war natürlich die Panik groß, ist dann wahrscheinlich über Misstraight oder was auch immer irgendwie wieder abgewickelt worden. Aber sowas kann natürlich passieren. Kann passieren. Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler, das ist ganz klar. Aber da gibt es nochmal Plausibilitätsprüfungen, die sowas natürlich hinterfragen und sowas dann erstmal blockieren und nicht damit durchhandeln. Aus Fehlern lernt man dann auch, Fehler passieren oder was bei der DWP da passiert ist mit dieser Stücke dann von Wisdom Tree und so weiter. Nein, klar. Wo es dann hernachricht. Nirgendsplit oder sowas ist, dann hat man ja auch die Projekte. Wo ein Schaden von 6 Millionen entstanden ist, wo er im Gottes Willen hernachricht denkt. Aber man spricht dann drüber, der Kunde wird informiert, manchmal liegt der Kunde falsch, manchmal lag auch der Makler falsch. Aber da sind wir wirklich sehr serviceorientiert, wir wollen, dass die Leute glücklich sind. Aber das ist ja eigentlich ein Vorteil, wenn man bei einer Börse offiziell handelt, weil dann gibt es ja wenigstens diese Stellen. Wenn ich jetzt außerbörsig handel, dann muss ich mich im Servicefall mit dem Makler irgendwie auseinandersetzen. Genau, dann hast du keine neutrale Handelsüberwachungsstelle, die bei sowas dann eingreift. Wir sind überhaupt sehr serviceorientiert, das wollen wir in der Stelle vielleicht auch nochmal anbringen. Wir haben zum Beispiel den Service Listing on Demand, also wenn du jetzt bei einem bestimmten Online Broker bist oder Neobroker, der jetzt zum Beispiel nur GetTex hat als Börsenplatz. Du willst dein Depot übertragen, vermisst die eine oder andere Aktie, die jetzt auf GetTex möglicherweise nicht gelistet ist, dann gibt es den Service Listing on Demand. Oder du liest irgendwo von einem Börsengang in den USA und würdest die Aktie auch gerne in Deutschland handeln, dann kannst du uns eine Mail schreiben, listing-at-gettex.de, würde ich gar keine große Werbung dafür machen, weil es das echt richtig, richtig viel Arbeit macht. Und wir da auch sehr, sehr sorgfältig sind. Wir nehmen das rein, wir schauen an, kann der Wert überhaupt in Deutschland gehandelt werden. Dafür braucht es einen sogenannten Lie. Das ist jetzt schon sehr speziell, also einen Legal Entity Identifier. Wenn der Emittent den nicht hat, können wir nicht handeln, obwohl wir es gerne machen würden. Das war auch das Thema in den Schweizer Aktien, oder? Das ist wieder ein anderer. Da liegt ein regulatorischer Streit dahinter, können wir seit 2019 nicht handeln. Weil es da auf EU-Ebene Knies gab, die erkennen uns nicht an, dann kennen wir die auch nicht an, können wir keine Lind & Sprüngli beispielsweise Originalaktien handeln. Da gibt es dann teilweise EDAs oder Zertifikate. Also wir kümmern uns dann darum, schlagen dem Market Maker die Aktie vor, oder auch ETFs. Und wenn der Market Maker sagt, gut, da ist Geschäft zu erwarten, da geht was um, mehr Leute wollen das haben. Das ist auch liquide am Heimatmarkt, nicht irgend so ein Explorer, irgend so ein Wasserloch in Australien oder sowas, wo kein Geschäft zu erwarten ist. Weil dann führt er die einbezahlten Listengebühren, dann handelt der Kunde vielleicht am Morgen, kommt da auch schlecht wieder raus, wenn es nicht liquide ist. Das dient ja dann auch dem Anlegerschutz. Das ist nicht so ganz marktenge Titel. Was mache ich denn eigentlich, wenn ich jetzt ein Wertpapier gekauft habe und das wird delistet an der Börse, also vielleicht nur an eurem Handelsplatz, dann könnte ich die Aktie dann trotzdem an einem anderen Handelsplatz? Genau, dann musst du die unter Umständen übertragen. Musst du die unter Umständen übertragen. Aber wir kennen auch die Probleme. Also wir delisten nicht einfach irgendwas, wo wir wissen, dass Leute drin sind. Also wir versuchen schon wirklich, Leute da, eine Börse ist zum Handeln da letztendlich. Ja, aber wenn kein Handel stattfindet über lange Zeit oder nur wenig, dann hat der eh kein Interesse. Dann kann auch Bader häufig schon sehen, wie viele Leute haben denn das noch im Depot liegen oder sowas. Also da ist immer eine Interessensabwägung da. Wir schauen immer, dass die Leute und die Kunden zufrieden sind. Und nicht, dass die Leute in den Titel drin sind und dann wird es delistet. Also das ist nicht in unserem Interesse. Und bei den Handelszeiten würdest du dann sagen, keine Ahnung, mittags, in der Früh gleich. Weil es gibt immer wieder auch mal so Kritikpunkte, dass bei Sparplänen, wenn die dann am Anfang, in der Früh einfach in die Börse gelegt werden, dass es da schlechte Kurse gibt. Also wir handeln von 8 bis 22 Uhr. Und es ist schon so, dass bei Marktöffnungen es immer ein bisschen volatiler ist. Weil da wird erstmal gehandelt zur Marktöffnung, was im Orderbuch drin ist und sofort ausführbar ist. Also ich persönlich würde immer ein bisschen so warten, bis sich der Markt gefunden hat, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Also nicht gleich um 8 bis zur Marktöffnung reingehen und amerikanische Titel beispielsweise On-Hour handeln. Ab 15.30 Uhr. Und dann eine gleich um, da würde ich auch bis 16.00 Uhr, 16.30 Uhr warten, bis der Handel in Schwung ist. Und dann kannst du super gut handeln, amerikanische Titel bis 22 Uhr. Und dann würde ich auch die Order nicht irgendwie um 10 vor 10 abends platzieren, weil der Makler mag dann also die Orderbücher zumachen und keine Positionen mehr aufbauen, sondern auch gucken, dass ich das jetzt nicht schick um 2 Minuten vor 10 oder sowas. Ja, aber es kommen ja dann ab 10 die Zahlen raus bei amerikanischen Aktien, dann springen die auch oft. Ja, genau. Also da kann schon mal ein bisschen eher so vorbörslicher Move dann drin sein oder nachbörslicher Move. Also das sind so die vernünftigen Zeiten, On-Hour zu handeln, wenn du es kannst, ist eine gute Sache. Und bei Anleihen vielleicht nochmal ganz was anderes. Da hast du ja schon gesagt, es kann sein, dass die ausverkauft sind und so weiter. Da funktioniert das System ja ganz grundsätzlich anders. Also bei einer Aktiengesellschaft, die geht an die Börse, da werden die Aktien verkauft und dann will man ja einen aktiven Handel an der Börse haben. Bei Anleihen, die werden ja eher platziert, bei Investoren. Und die brauchen, also die Investoren, die Großinvestoren brauchen ja eigentlich gar keine Börse, weil die das eh untereinander machen. Aber Privatanleger haben da natürlich eine Möglichkeit. Aber manchmal brauchen sie die Börsennotierung. Die brauchen nicht den Handel, aber die brauchen die Börsennotierung, die amtliche, amtliche nenne ich das jetzt mal, die Preisbestellung an der Börse für ihre Vorgaben, die sie da haben oder für ihren Fonds oder was weiß ich. Anleihen haben eine Sondersituation, weil nicht jede Anleihe für alle handelbar ist. Das ist auch wieder so eine Überregulierung. Die Anleger sollen ja wieder vor sich selber geschützt werden. Das führt aber jetzt zu dem Wildwuchs oder zu der Übertreibung, dass eine variable Anleihe als strukturiert gilt. Also du weißt vorher, die hatten variablen Zinssatz, geht mit, keine Ahnung, Eurebo oder Lieber oder was weiß ich, was es da alles gibt, mit dem und dem Abstand. Aber da hat es einen variablen Zinssatz oder einen Stufenzins. Du weißt das im ersten Jahr so, im zweiten Jahr so, im dritten Jahr so. Das weißt du vorher, die Gegebenheiten, aber es gilt jetzt als strukturiert und als kompliziert und davon musst jetzt du geschützt werden. Dadurch ist die für viele Anleger möglicherweise nicht handelbar. Dann gibt es Zielmarktkriterien. Also es wird durch diese Regulierung für den Anleger, die Anlegerin auch nicht einfacher. Zielmarktkriterien. Dann hast du dich vorher ja auch eingeschätzt. Bist du risikoavers oder hast du wahnsinnig viel Erfragung? Das mache ich beim Broker. Das machst du beim Broker, kannst alles handeln. Hatte ich am Freitag einen Anrufer aus Italien am Telefon. Der hat einen bestimmten ETF nicht bekommen. Dann haben wir zusammen rausgefunden, dass er sich wahrscheinlich zu konservativ eingeschätzt hat und diesen High-Yield-ETF nicht handeln durfte. Wahrscheinlich, weil er nicht der Zielkunde war letztendlich und dann der Broker verpflichtet ist, ihn da sozusagen zu sperren dafür, weil er in der Selbstauskunft gesagt hat, ich kann das gar nicht. Ich vereinfache jetzt mal. Also da gibt es alle möglichen Stolpersteine-Kriterien, auch wenn ein Titel, ein ETF kann es auch sein oder eine Aktie bei uns schon notiert ist. Der Kunde kann sie aber noch nicht handeln. Bei seinem Neobroker, bei seinem Broker, dann kann es auch sein, dass da die ganzen Dokumente noch nicht hinterlegt sind, die der Neobroker, die Bank dem Kunden zur Verfügung stellen muss zum Abruf. Und wenn er das nicht vollständig dokumentiert, dann kann er vom Kunden verklagt werden und er hat gesagt, der passt mal auf, ich habe ja gar nicht die Möglichkeit gehabt, mir den Verkaufsprospekt durchzulesen oder die Anleihbedingungen oder die Prospekte und so weiter. Und dann blocken die Banken das, obwohl es an der Börse handelbar ist. Obwohl es handelbar ist, weil du das noch nicht einsehen kannst. Der Kunde, du kannst nämlich später behaupten, ich konnte es ja noch nicht hin, konnte es ja noch nicht sozusagen mich aufschlauen hier. Bitte, liebe Bank oder lieber Broker, machen wir mal Rückabwicklung, weil ich bin jetzt hier kräftig im Verlust. Du hast mich nicht so aufgeklärt, wie es vorgeschrieben ist. Es ist eine Vollkatastrophe und auch die Anleger werden da behindert. Das ist eine Überregulierung und kein Mensch der Welt liest jemals irgendwas davon durch. Das sind nur lauter Checkboxen und da klickt man sich ja durch. Niemand liest es, also ich kenne niemanden. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber da hat irgendeine Firma, die hat in ihren AGBs einen jetzigen Text versteckt. Und es war, glaube ich, ein Gewinnspiel. Genau. Wer sich da jetzt wendet, kriegt ein iPhone geschickt, da hat sich über ein halbes Jahr kein Mensch gewählt. Das ist lange nicht losgeworden. Niemand kennt man von sich selbst auch, dass man alles einfach immer schnell akzeptiert. Aber weil es zu viel ist. Da wird es ja dann zu viel. Also man will ja, dass es reguliert ist, weil man will ja einen sicheren Rahmen haben, aber man, wie soll ich sagen, man will halt, dass ich nicht derjenige bin, der sozusagen das prüfen muss. Weißt du, was ich meine? Also kein Mensch schließt sich durch, was zu viel ist, weil man sowieso nicht versteht. Aber natürlich will man, dass es reguliert ist, damit man halt eine gewisse Sicherheit und Sicherheit hat. Die Leute sollen manchmal schon auch vor sich selber geschützt werden. Es soll niemand sofort CFDs handeln können, weil sie wirklich die Komplexität des Produkts nicht verstehen. Also manche Leute tatsächlich müssen auch vor sich selber geschützt werden, aber es gibt schon eigenverantwortliche Entscheider und Entscheiderinnen, die wissen, was sie tun und da ständig irgendwie Stöcke in die Speichen bekommen. Das hilft jetzt auch kein Beitrag. Jetzt zu der Transparenz nochmal. Ihr selbst wisst ja nicht, welcher Kunde da handelt. Also ihr seht ja nur zum Beispiel über Consors Bank kommen jetzt Orders. Das seht ihr wahrscheinlich, weil ihr da eine Verbindung habt. Aber nicht. Nein, sehen wir nie. Aber gibt es das, weil ich kann mich erinnern, wo ich bei der DAB Bank gearbeitet hatte. Früher, da hatten wir schon Kunden, die sehr aktiv waren. Also die haben wir natürlich gekannt. Aber mittlerweile haben dann die Market Maker die auch gekannt, weil der halt immer, keine Ahnung, tausend Stück in der einen Aktie rauf und runter gehandelt hat, den ganzen Tag hoch und runter. Und dann wusste der schon und hat einfach gesagt, ihr habt ja den Kunden, der diese tausend Aktien umhandelt, könnt ihr dem mal sagen, er soll das irgendwie anders machen. Ah ja, okay, okay. Aber sowas würdet ihr nicht. Wir freuen uns auch, wenn die Leute eine Tesla hin und her handeln. Das ist für uns gar kein Problem, weil das ist Geschäft und da verdienen wir auch dran. Und der Market Maker hat immerhin den Spread. Also wir können kleine Orders, wir können große Orders, wir können 10.000 Tesla handeln, wir handeln auch eine Tesla. Gab es denn mal so, noch so vielleicht so Anekdoten aus der ganzen Börsengeschichte, wo du sagst, das war mal besonders lustig oder besonders kurios oder so? Also du bist an der Börse immer am Puls des Geschehens letztendlich. Wenn irgendwo auf der Welt was passiert, wenn es irgendwelche neuen Entwicklungen gibt, dann bist du an der Börse immer vorne dran. Du erkennst relativ schnell die Trends, ob jetzt Cannabis freigegeben wird, ob beim Brexit in der Früh der DAX, Klammer 300, 400 Punkte fehlen. Und ich war, was ist denn heute mit dem DAX los? Weil ich nie damit geredet habe, dass die tatsächlich für den Austritt sich entscheiden. Lass es 9-11 sein, was auch immer. Die ganzen neuen Themen, Bitcoin, Blockchain, du hast immer alles an der Börse. Das kennst du ja auch mit den Themen-ETFs. Da befasst ihr euch ja auch viel damit. Zur Zeit des neuen Marktes war es natürlich wirklich sehr aufregend, als es sehr viele Börsengänge an einem Tag gab. Wir haben einen Makler gehabt, der war damals schon mal im Bader, der hat einmal Überraschungseier gehandelt. Da war wahrscheinlich auch nicht so viel los. Es gab dann auch, ich schätze noch, dass es nach dem neuen Markt war, wo es wirklich sehr lange, sehr seitwärts ging. Wo wirklich so eine tote Phase war. Da hatten wir noch die Besuchergalerie und da hat einmal Überraschungseier gehandelt. Und der hat die dann auch nie verlassen. Da stand dann eine Palette der Überraschungseier im Börsensaal. Also die haben sich schon auch immer mal was einfallen lassen. Die waren schon immer ein bisschen anders als die anderen Kinder, die Börsianer. Ja, ich kann mich erinnern, es gab auch mal so an April-Scherze. Da wurden immer irgendwelche Firmen dann gehandelt, was aber eigentlich immer ein April-Scherz war oder sowas. Auch das, ja. Oder die Faschings feiern. Fasching war auch legendär an der Börse. Bis dann zu viele Computer rumstanden und man gesagt hat, also Leute, das geht jetzt nicht mehr. Da bappt ja am nächsten Tag alles und könnte auch sein, dass gar nichts mehr geht. Das können wir halt nicht mehr riskieren. Aber die Faschings feiern auch Jahre Schlussbörsen, als die noch auf dem Parkett stattfanden, waren auch legendär. Die haben schon auch gut feiern können. Was mir noch aufgefallen ist, als ich die Bilder angeschaut hatte, die du mir geschickt hast, weil da sieht man die erwähnte Kurstafel, wo du vorhin gesagt hattest. Und wenn man da so drüber schaut, da sind halt so viele Aktien gar nicht mehr da. Also FEBA, das war so ein Versorger, der dann glaube ich mit E.ON oder so fusioniert hat. Dann Höchst gibt es nicht mehr. Also es sind so viele Firmen eigentlich. Oder IG. Ehe, alle Firmen. Ja klar, Sie sind ins Nixdorf. Also es gibt so viele Firmen, die Deutschland ja irgendwie auch mit geprägt haben, die aber alle mittlerweile verschwunden, fusioniert, kleide gegangen sind. Genau, aufgegangen sind, 25 Mal verkauft worden sind. Das finde ich eigentlich das Spannende an der Börse. Das ist so eine, wie du gesagt hast, auf der einen Seite hast du so eine lange Historie und kannst dir ja auch überleiten, wenn du einen Chart anschaut. Da kann man so viel aus einem Chart rauslesen, irgendwelche Events oder Covid-Knick und Crashes und so weiter. Das ist schon fast so ein bisschen wie bei einem Baum, die Baumringe. Man kann da was rauslesen. Und auf der anderen Seite hat man aber auch immer diesen aktuellen Bezug, weil man immer, wie du gesagt hast, dann höchste Zeit ist. Es ist Zeitgeschichte, Industriegeschichte, Wirtschaft ist so interessant, weil es wirklich auch was mit dir selber macht. Du bist ja auch Teil des Ganzen, was da draußen passiert. Und der Wirtschaftsteil der Zeitung ist wirklich interessant. Also nicht überblättern. Ja, wir hoffen, dass wir da heute ein bisschen was beitragen konnten. Also ich fand das jetzt ganz interessant, einfach mal so eine kleine Reise durch die Welt der Börse. Und vielen Dank erstmal für die Zeit. Du wolltest einen Tipp haben, Markus. Den will ich jetzt schon auch noch loswerden. Also der größte Fehler, den man an der Börse machen kann, ist nichts zu tun. Das ist einfach immer der größte Fehler. Früh anfangen, ein bisschen was machen. Ich habe ein Enkelkind, Diana ist jetzt sieben geworden. Und da gibt es einen ETF-Sparplan von 100 Euro im Monat. Jetzt habe ich gedacht, du hast einen Nvidia-Sparplan gemacht. Ja, das wird es gewesen. Das wird es gewesen. Nein, so hält sich die Goyle leider nicht nah. Aber einen ETF-Sparplan, aber ein MSCI-Wertet, ja, und jetzt macht sie meinen Sohn schon Sorgen, dass sie mit 18 möglicherweise zu viel Geld haben könnte, ja. Also die ist jetzt bei ungefähr 11.000 Euro. Ja, super. Mein Sohn macht auch ein bisschen was, ja. Der sagt, also, nehme ich jetzt mir mal ein Beispiel dran, weil das läuft richtig gut, ja. Also von Geburt bis sieben Jahre über 11.000 Euro. Also freue ich mich mit tatsächlich, ja. Ja, klar. Und ich meine, das geht ja noch bis zum 18. 19.000 Euro weiter. Wir hatten das in einem anderen Gespräch letztens auch, da haben wir über Kindersparpläne gesprochen. Da kommen für so ein Kind, ich weiß nicht, wie viel sparst du da an? 50 Euro, 100 Euro? 100 Euro. 100 Euro. Da kommt bei 100 Euro sicher irgendwo um die 30.000 Euro in der Range raus. Da kommt was zusammen, es ist ein kleiner Betrag, kleine Beträge, regelmäßig, einfach was machen, einfach anfangen. Viele Leute neigen auch dazu, sich über zu informieren und das muss ich wissen, das Seminar muss ich nochmal, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Es ist auch immer so, dass Time in the Market, Market Timing schlägt, ja. Viele denken, jetzt ist es zu teuer. Ja, mein Gott, das haben wir bei 16.000 Tags auch schon gesagt und bei 12.000 vielleicht auch schon gesagt, ja. Also einfach drin sein und auch den zweiten Fehler nicht machen, wenn es irgendwie korrigiert, auch wenn es eine scharfe Korrektur geht, dann rauszurennen, Angst zu kriegen, mit Verlust zu verkaufen, Verluste zu realisieren, die man gar nicht realisieren müsste, weil wenn man dann rausgehen muss, dann hat man sowieso sowas falsch gemacht, ja. Sondern immer langfristig, sich immer mal dann vielleicht zur Beruhigungsrendite-Dreieck anschauen vom Deutschen Aktieninstitut, dass langfristig das immer im grünen Bereich sein wird, die Wirtschaft immer wachsen wird, ja. Und dann eine Renditeerwartung von zwischen 6 und 8 Prozent absolut realistisch ist und dann den langen Atem haben. Nicht rausrennen, wenn es kolligiert, sondern im Gegenteil, kaltblütig dann investieren, wenn man ein bisschen Geld auf der Seite hat und sich dann wieder freuen, wenn es wieder steigt. Ja, das ist ein guter Tipp mit dem Rendite-Dreieck. Das wollte ich nämlich auch gerade noch ergänzen, weil man, wir blenden das am besten mal kurz ein, weil selbst wenn man jetzt da gar nicht so sehr ins Detail geht, aber man sieht anhand der Farben, dass in den meisten Fällen die Farben grün sind und grün bedeutet, ja, da hat man Gewinn gemacht und es gibt auch rote und so leicht gelbe eingefärbte Bereiche, da hat man Verlust gemacht, aber man sieht es anhand der Häufung auch, dass das die kurzen Anlagezeiträume sind. Das heißt, wenn man jetzt länger als zehn Jahre oder so an der Börse investiert, dann ist es, also war es zumindest bis in der Vergangenheit sehr unwahrscheinlich, Verluste zu erzielen. Das wächst sich sozusagen aus und der Vorteil von einem Sparplan, von einem ETF oder Aktien-Sparplan ist der sogenannte Cost-Average-Effekt, hast du schon tausendmal erklärt, weil es einfach aber auch wichtig ist, wenn es teuer ist, dann freust du dich, dass alles steigt und wenn es billig ist, also wenn die Börse korrigiert, dann freust du dich, dass du günstig einkaufst und durch den gemittelten Kurs, da kannst du eigentlich nichts anderes als gewinnen machen. Ist aber nur ein psychologischer Effekt, weil eigentlich wäre es immer besser, am Anfang zu investieren, dann ist das Geld sozusagen komplett drin, aber es geht natürlich nicht, der ist halt realitätsfern, weil die Leute haben ja nicht ihr Geld auf dem Konto, sondern es kommt über das Gehalt rein, deswegen macht es auf jeden Fall Sinn. Das ist eigentlich das praktischere Beispiel. Ja, genau. Ja, sehr schön. Also super, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder und dann, wir gucken mal, vielleicht können wir ja mal bei einem Börsengang mal ein Video noch machen zu dem Unternehmen und dann kann der Vorstand bei uns hier vorbeikommen und wir besprechen, das ist mal im Detail. Danke, dass du da warst. Vielen Dank. Danke, Markus. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. So, das war der Talk mit Marelle Glöckelhofer von der Bayerischen Börse. Ich hoffe, da waren ein paar interessante und spannende Einblicke für dich mit dabei. Schreib doch mal gerne in die Kommentare, auf welchen Börsenplätzen du denn gerne deine Aktien und ETFs handelst. Bin da schon gespannt, was ihr da für Börsenplätze alles so rauskramt. Ansonsten würde es mich natürlich sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr ein Like da lässt und natürlich den extra ETF-YouTube-Kanal abonniert. Dann sehen wir uns bald wieder hier mit einem neuen Video rund um die Geldanlage mit ETFs.